Jeder kennt sie, jeder liebt sie, das ist ja auch kein Wunder, es gibt für nahezu jeden Geschmack das passende Hörbuch. Heute sprechen wir darüber, wie man Hörbücher produziert, geben dir Tipps und Tricks vom Profi, wie du dein Sprechen optimierst und sogar, wie du aus deinem eigenen Zuhause ein kleines Hörbuchstudio machen kannst. Bevor wir jetzt ins Hörbuchstudio schalten, habe ich noch zwei kleine Bitten an dich. Drück doch am besten gleich den Like-Button, wenn dir dieses Video hier gefällt und hinterlass bei uns ein Abo, dass du auch in Zukunft auf dem Laufenden bleibst und keine Sonntagsinspiration mehr verpasst. So, das war's. Jetzt aber auf ins Hörbuchstudio. Da bin ich also in den Sound-Neverest-Studios und bei mir sitzt Tille. Grüß dich. Hallo, grüß dich. Du, schön, dass ich hier sein darf. Ja, immer gerne, immer gerne. Ich finde das total aufregend. Es ist ein richtiges professionelles Studio mit überall Mikrofone und Schallkabine, Abhöre. Was produzierst du denn hier alles? Wir produzieren hier hauptsächlich Hörbücher. Also Sound-Neverest ist ein Hörbuchverlag. Und wir haben uns da spezialisiert auf Fantasy, Romance, ein bisschen Dystopie zwischendrin. Und ab und zu nehmen wir auch das ein oder andere Sachbuch mit ins Programm. Wie macht man Hörbücher? Wie macht man das? Hörbücher im Prinzip ist es eigentlich ganz einfach. Man braucht ein Buch und eine Stimme. Buch? Buch, Stimme und eine Möglichkeit zum Aufnehmen. Das sind die drei Geschichten, die man Grund, also jetzt mal um es ganz vereinfacht darzustellen, braucht. Und es kommt darauf an, braucht man eine Lizenz für das Buch. Man darf nicht einfach ein Buch einsprechen, weil die Nutzungsrechte beziehungsweise die Hörbuchrechte meistens beim Autor oder beim Verlag liegen. Da muss man dann anfragen. Und wenn man da die Rechte bekommt, bei gemeinfreien Titeln, die halt also schon älter sind, ist das was anderes. Die kann man ohne Probleme selber einsprechen. Ich finde, ich finde ja total spannend. Ich stelle mir das halt auch so einfach vor. Ich setze mich vor ein Mikrofon und labere einfach drauf los und fertig ist mein Hörbuch. Ganz so einfach ist es nicht. Die Aussprache ist wirklich ganz wichtig, dass man eine deutliche Aussprache hat. Ich habe ein Problem. Bei mir schmatzt es immer ganz gerne. Das liegt halt an der Speichelproduktion. Dann muss man sich selber sehr genau zuhören können. Beim Text rutscht immer mal irgendwo wieder ein Wort rein, was gar nicht im Buch steht. Deswegen mache ich meinen Job hier draußen und buche einen professionellen Sprecher, der das gelernt hat, der ein langes Training auch gemacht hat und korrigiere ihn. Also ich bin hier draußen quasi als Korrektiv zuständig und für die Aufnahme, dass die Aufnahme sauber ist. Also wenn du produzierst, sitzt du quasi außerhalb der Sprecherkabine und überwachst das Einlesen. Sagt man da Einlesen, Vorlesen? Die Aufnahme. Überwachst die Aufnahme. Überwachst die Aufnahme, genau. Ob es richtig betont ist, ob Schmatzer drin sind, ob man sich verlesen hat. Es kommt auch teilweise vor, dass der Sprecher nach zwei Stunden mal in der Zeile verrutscht und dann fehlt halt was. Die verrutschen einfach und merken die das nicht? Merken das nicht, nein. Da ist man dann so in diesem Leseflow drin oder es poppt irgendwo unterhalb schon so ein Wort auf und das wird dann irgendwo anders reingebaut. Oder man wandelt ein Wort um. Und es gibt ganz lustige Blooper. Ich nehme die dann meistens auch raus, wenn sie lustig sind. Oder man hat schwierige Aussprachen wie Inverted Totalitarianism. Inverted Totalitarianism? Ja, das war mal so eine Stolperschwelle. Da haben wir, glaube ich, nur für diesen Ausspruch haben wir eine halbe Stunde gebraucht. Aber wir haben Tränen in den Augen gehabt, weil da kam alles raus, nur nicht Inverted Totalitarianism. Totalitarianism. Aber jetzt können wir es beide. Wahrscheinlich. Bis zum Ende aller Hörbücher. Ich habe mich auch gefragt, so im Vorfeld, Hörbuch produzieren oder Hörbücher an sich sind ja ein Megatrend, der scheinbar auch nicht altert. Was erklärt dieses Phänomen? Das ist eine gute Frage. Die Leute gewöhnen sich an oder die Gewohnheiten verändern sich einfach. Die Gesellschaft wird ja immer schneller, immer schneller. Man hat nicht mehr die Zeit, sich ein Buch in Ruhe in die Hand zu nehmen und zu lesen. Also, wenn ich dann irgendwo unterwegs bin, in der Tram, mit dem Auto, im Zug, dann habe ich halt meine Kopfhörer und höre ein Hörbuch. Dann höre ich es halt, das Buch, anstatt es zu lesen. Also, so kann ich es mir erklären. Die Gewohnheit, ein Buch zu lesen, hat sich der Gestalt verändert, dass ich es jetzt höre unterwegs. Glaube ich, glaube ich. Es ist ja auch bei Filmen oder Videos, man baut nicht mehr einen Spannungsbogen auf, sondern man kommt gleich mit dem ersten Plotpoint. Und das muss gleich reißen, damit der Zuschauer überhaupt dabei bleibt. Und ich glaube, bei Büchern verändert sich einfach dieses Verhalten auch. Dass es mehr hingeht zum Hören. Genau. Statt zum gemütlichen Gläschen Rotwein, Badewanne und ich lese mein Buch. Glas Rotwein bleibt, die Badewanne auch, aber es sind halt jetzt die Kopfhörer statt der Papierform. An mir geht dieser Trend vorbei. Also, bei mir wäre das eher Jazzmusik dann. Zum ausführlichen, ausgiebigen, tiefen Anhören mit viel Konzentration dran. Oder auch, was ich gerne mache, ist Podcast hören. Ja, ist ja was Ähnliches. Man nimmt Informationen auf, eben halt übers Hören. Und ich bin selber auch ein großer Podcast-Fan. Und bin, also gerade wenn ich unterwegs bin oder im Auto sitze, höre ich sehr gerne Podcasts, wenn ich keine Musik höre. Und das ist quasi so eine Universität auf Rädern, kann man sagen. Bei Hörbüchern ist es ähnlich, wenn man jetzt Sachbuchbereich nimmt. Da kann man sich auch weiterbilden. Gut, wir bieten halt hauptsächlich mehr so die anderen Welten an, wo man so ein bisschen abdriften kann. Weil es auch während dem Lockdown zum Beispiel dieses Verhalten, dass die Leute während dem Homeoffice einfach ihre Hörbücher neben der Arbeit gehört haben. Und das ist natürlich auch so ein Phänomen, möchte ich es gar nicht mal nennen. Die haben halt die Zeit gehabt jetzt, sie konnten daheim arbeiten, sie mussten nicht Rücksicht nehmen auf andere Mitarbeiter und haben ihren Job quasi trotzdem gemacht. Also so statt Radio hören zum Beispiel. Genau, statt Radio hören lässt man sich halt dann mit einem Hörbuch mit einer schönen Geschichte berieseln. Ach was. Interessant. Ich könnte es ja nicht machen, also als Musiklehrer geht das nicht. Vielleicht probiere ich es mal aus, dass ich während ihr dann spielt und übt so nebenbei eigentlich Harry Potter höre. Nee, kriege ich nicht hin. Machen wir nicht. Das funktioniert nicht, weil Audio und Audio. Ich glaube, das fliegt auf. Das ist nicht cool. Ich finde eine Idee ganz spannend. Im Vorfeld habe ich mich daran erinnert, dass ich als Kind ganz gerne selber Radiosendungen aufgenommen habe. Ich hatte so einen Kassettenrekorder mit einem eingebauten Mikrofon und da habe ich dann auf eine Lehrkassette draufgesprochen und meine Lieblingstitel, die habe ich dann aufgenommen, indem ich sie vom Plattenspieler, den Radiorekorder, gegen den Plattenspieler, also gegen den Lautsprecher und so habe ich dann eine eigene Radiosendung gemacht. Das haben wir auch gemacht, ja. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das auch vielleicht bei euch da draußen schlummert, so ein bisschen so einen eigenen Podcast zu machen oder ein eigenes Hörbuch aufzunehmen. Wie macht man das denn heute? Wie kann man mal so auf die Schnelle ein Hörbuch aufnehmen? Auf die Schnelle ein Hörbuch. Man braucht ein Mikrofon, man braucht eine Aufnahmesoftware, eine sogenannte DAW und eine Schnittstelle, also quasi ein Audiointerface. Wobei es gibt auch USB-Mikrofone, die eignen sich eigentlich am besten für einen Einstieg. Gibt es auch relativ hochwertige, die auch ein gutes Ergebnis liefern. Und ja, und dann natürlich einen ruhigen Platz. Es gibt ja da die Leute, die dann unter der Decke aufnehmen oder sich so eine Decke über den Kopf, dass einfach ein bisschen Schallschutz da ist. Das gibt es wirklich. Oder ein Schrankstudio quasi. Da wird dann der Schrank innen drin mit Noppenschaum ausgekleidet und dann wird das dann so aufgemacht, Laptop platziert, das Mikrofon vor dem Schnabel und dann wird dann da aufgenommen. Also so kann man eigentlich schon mal anfangen, auch mit einem trockenen Grundrauschen, sage ich, Grundrauschen ist jetzt falsch, mit einem trockenen Sound anzufangen. Ist wichtig bei Hörbüchern, dass eben halt keine Störgeräusche da sind. Beim Hörspiel ist es was anderes, da werden aber die Geräusche auch noch im Nachhinein nochmal mit eingepflegt, dass man dann in diese Geschichte noch weiter eintauchen kann. Der stellt dann auch sehr viel mehr Anforderungen zum Beispiel an die Software, weil man dann ja mehrere Audio-Produktionen übereinander legt. Und natürlich auch stellt es auch an dich dann beim Recorden mehr Anforderungen, muss ein bisschen mehr planen, muss vielleicht auch separat Musik aufnehmen dazu. Ich finde es hochspannend, das sind ja ganz einfache Tools, ein Mikrofon, vielleicht ein USB-Mikrofon. Ich habe das auch schon beim Thema Home Recording einmal so eine Software vorgestellt und verlinkt. Das Video dazu blende ich hier irgendwo ein. Ich finde es hochspannend, einfaches USB-Mikrofon, vielleicht ein Skript, etwas Gemeinfreies hast du vorhin erwähnt. Man kann auch natürlich ein selber geschriebenes Gedicht oder eine selber geschriebene Geschichte einlesen. Das darf man jederzeit, das darf man auch veröffentlichen. Man kann auch sein Lieblingsbuch einsprechen, solange man es nicht veröffentlicht, ist es ja in Ordnung, also für den privaten Gebrauch. Wichtig ist halt diese Aussprache zu üben und da nimmt man sich am besten irgendwie die täglichen Nachrichten vom Handy irgendwie und liest die einfach mal laut, hört sich das dann aber auch an. Das ist für viele ein bisschen gewöhnungsbedürftig, die eigene Stimme zu hören, geht mir genauso, wenn ich die Stimme auf einem Video höre oder auch im Audio. Ich finde das ein bisschen gruselig, aber man gewöhnt sich mit der Zeit dran. Da eben halt dann auch genau drauf hinhören, habe ich so einen Schmatzen mit drin. Teilweise gerade bei den Großmembran-Mikros kommt dann mal das Magenkrummeln gegen Mittag. Das Magenkrummeln? Das hört man, ja. Das hört man? Das hört man. Ja, genau. Und da müssen wir dann immer die Aufnahme unterbrechen. Wir spulen dann zurück und setzen dann genau bei dem Satz nochmal an. Also müssen halt dann den letzten Satz nochmal einsprechen. Meistens ist es dann so, der Magen hört dann erst nach dem dritten Mal auf und dann kommt ein Versprecher. Der Magen hört nach dem dritten Mal auf. Also du musst es fünfmal einsprechen. Genau. Fünfmal musst du es einsprechen. Dreimal für den Magen, einmal für die Zeile und beim fünften Mal ist es endlich richtig. Hast du denn da Tipps fürs gute Sprechen, die man vielleicht schon zu Hause einfach umsetzen kann? Du sagst, übe das mal. Worauf achte ich da? Wie kann ich das üben? Also wichtig ist, dass man ausgeschlafen ist. Also man hört auch von der Tageszeit her, wenn ein Sprecher morgens kommt, der einfach noch nicht wach ist, die Stimme ist auch noch nicht wach, vorher ein bisschen sprechen oder singen oder so. Einfach so ein paar Atemübungen machen auch, also gratis mit diesen Lippen, dieses Lippen, genau. Und dann auch gerne mal so ein paar Töne machen. Die Stimme findet dann ihre Tonlage. Damit kann man dann die Stimmbänder wach machen quasi. Und dann hört sich das schon ganz anders an. Und natürlich der altbekannte Trick, mit dem Korken und einfach mal ein paar Sätze sprechen. Mit dem Korken und ein paar Sätze sprechen? Korken ja einfach in den Mund nehmen. Korken in den Mund. Genau. Und dann versuchen so klar und deutlich wie möglich. Da kriegt man zumindest schon mal die Muskulatur so weit, dass die Worte einfach deutlicher geformt werden. Okay. Das ist ein gutes Stichwort. Muskulatur so weit. Ich kenne da noch einen Trick aus dem Theater, aus dem Impro-Theater. Ich habe ja lange Zeit Impro-Theater gemacht. Und die Schauspieler, die massieren sich ganz gerne hier so die Muskulatur hier im Gesicht. Das sieht ganz ulkig aus und sorgt aber dafür, dass generell hier einfach mehr Wahrnehmung im Gesicht ist. Und diesen Bereich brauchen wir ja zum Sprechen. Und wenn das aktiviert ist, dann gelingen Sätze und auch schwierige Wörter tatsächlich etwas leichter. Also meiner Erfahrung nach und der Erfahrung dieser Schauspieler nach. Und dann auch, was noch wichtig ist, die Atmung. Dass man am besten vor jedem Satz kurz und zwar also jetzt nicht macht, sondern schon O-Formen und dann Luft holen. Kurz die Luft anhalten und erst dann sprechen. Weil dann kann man im Zweifel den Atmer auch rausschneiden. Und mit dem geformten O ist das Atmen fast geräuschlos. Ein geformtes O macht das Atmen geräuschlos. Genau. Nicht ganz geräuschlos, aber geräuschloser. Sehr leise. Sonst habe ich die ganze Zeit, und das hört ihr vor allem in meinen Videos, habe ich die ganze Zeit so ein... Genau. Und die Geschwindigkeit ist noch eine... Aber da kommt man rein. Also man kann mit der Geschwindigkeit als Stilmittel arbeiten. Man kann mal ein bisschen schneller sprechen, mal ein bisschen langsamer. Je nachdem, wie es natürlich zum Content, also zum Inhalt des Buches passt. Und die Betonung ist halt richtig. Also man muss schon... Wir versuchen quasi den Text, dem Text eine Stimme zu geben und da Leben einzuhauchen. Und das ist, glaube ich, die größte Herausforderung, dass man einer Geschichte wirklich Leben einhaucht, nur mittels der Stimme. Was auch ein ganz guter Trick ist, man stellt sich vor, man hat eine Kindergartenklasse vor sich. Einfach 20 junge Kinder. Und denen erzählt man diese Geschichte. Dann wird es automatisch schon ein bisschen betonter und schöner. Und da kriegt man dann schon mal Leben rein in den Text. Das ist eine tolle Sache. Stellen Sie sich das deine Sprecher wirklich vor? Aber wenn mir der Text zum Monoton wird, dann sage ich Ihnen Kindergarten. Kindergarten, da wissen die schon. Ah ja, hier, ich muss jetzt so meinen Vorlese-Epos ausmachen. Genau, genau. Das ist tatsächlich etwas, was ich auch empfehle, wenn man ein Gitarrenstück zum Beispiel schon so einigermaßen auf Vortragsreife hat. Dann kommt, das kennt ihr vielleicht von mir, dann kommt schon ganz gerne der Spruch, das klingt jetzt richtig, aber es ist noch nicht Musik. Und damit meine ich nicht selten, dass man eine gewisse Vortragsausstrahlung auch in das Stück reinbringt. Und der eine oder andere von euch hat das auch schon mal erlebt, dass ich dann auch wirklich versuche, so eine Art Publikumsimagination zu erstellen. Stellt euch vor, ihr seid vor Publikum. Oder stellt euch ein anderes Szenario vor, in dem ihr gerade Gitarre spielt oder euer Instrument vortragt, um auf diese Weise das musikalische Konstrukt, die Musik, ein bisschen mehr zum Leben zu erwecken. Genau. So, jetzt habe ich die Aufnahme im Kasten. Was mache ich damit? Ja, dann kommt der große Part, den überlasse ich auch quasi meinem Profi. Dann kommt das Mastering oben drauf. Also das heißt, ich habe jetzt mein fertiges Stück, Hörbuch, habe da quasi schon mal grob geschnitten, die Verhaspler rausgeschnitten, habe ein paar Schmatzer rausgemacht und so, dass es einfach mal schon mal so von der Länge her passt und einigermaßen sauber ist. Und jetzt muss man ein bisschen basteln. Das heißt, ich spiele da ein bisschen mit dem EQ, nehme Filter vielleicht noch, um ein bisschen knistern oder so leichte Spitzen zu entfernen. Spitzen ist, wenn es dann so mal irgendwo schnallt oder so. Die kann man teilweise noch rausfiltern. Und dann schaue ich, dass ich mit dem Equalizer die Stimme da wirklich das Beste raushole. Und macht dann auch vielleicht auch die Pausen noch sauber, dass da auch überhaupt kein Rauschen mehr drauf ist. Man muss auch schauen, dass das Grundrauschen, jedes Mikro hat ein gewisses Grundrauschen. Und das kann man auch rausfiltern mit einem Rauschfilter. Und dann wird es relativ clean dann am Ende mit einer schönen hochgepimpten Stimme. Eine hochgepimpte Stimme. Hochgepimpt, ich nenne es halt jetzt mal hochgepimpt. Also mit einer schönen, auf Hochglanz polierten Stimme. Es gibt Sprecher, da muss man einfach die Tiefen rausnehmen. Wir haben einen Sprecher zum Beispiel, der ist wahnsinnig basslastig. Bei dem funktioniert lustigerweise eins von den günstigsten Mikrofonen. Das ist das Beste für seine Stimme, weil es die Bässe nicht so nimmt. Es konzentriert sich mehr auf die Mitten. Und andere, die haben so eine dünne Stimme, da muss man einfach nochmal hochziehen. Beim Equalizer, die brauchen ein bisschen mehr Bass, da muss ein bisschen mehr in die Mitten rein oder was rausgeholt werden. Und dass das eben halt dann wirklich nach einer Stimme klingt, wie als wenn sie im Raum wäre. Also wenn wir jetzt so nebeneinander sitzen, klingt das anders als die Aufnahme jetzt auf dem Video. Das muss man dann quasi erst hinbringen, dass das dann... Das ist sehr spannend. Ich finde das sehr, sehr spannend, weil ich hätte ehrlich nicht vermutet, dass da so viel individuelles Know-how reinkommt. Ich habe mir gedacht, naja, also lesen und Mikrofon, fertig ist die Laube. Ja, vielleicht noch ein bisschen hier lauter machen. Lauter? Aber gerade dieser Aspekt, dünne Stimme dicker machen oder eine sonore Stimme, eine brummige Stimme vielleicht etwas angleichen, dass sie sich besser ins Gehör anschmiegt und vielleicht auch besser zur Geschichte passt. Das sind ja enorm viele individuelle Faktoren. Ja, 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 absolut. Es ist auch so ne Hörbuchproduktion, wir brauchen, ja, wenn man jetzt mal so ein 300 Seiten Buch nimmt oder 400 Seiten Buch ungefähr. Es kommt auch immer auf den Sprecher drauf an, nicht jeder Sprecher ist performt gleich. Es gibt Sprecher, die machen 60 Seiten am Tag oder 80. Und es gibt einige Verrückte, nehm ich sie mal, die kommen unter 100 Seiten gar nicht ins Studio. Die 100 Seiten, lesen die vor, lesen die ein und zwar so, dass es ein dritter Mensch angenehm hören kann und sagt, ja, das höre ich mir gerne an, schlafe ich dazu vielleicht oder sitze in der U-Bahn und höre mir diese Geschichte dann an. Die lesen das auch unterhaltsam ein. Also 100 Buchseiten unterhaltsam eingelesen. In, wie lange dauert es einen Tag? Ja, das ist dann ein Arbeitstag. Ja, da sind wir dann gut sieben, siebeneinhalb Stunden. Also man kann rechnen, 20 Seiten in der Stunde ist so ein normaler Schnitt. Dann kommt natürlich ab und an eine Pause dazu, mal trinken, muss ja auch alles sein. Da ist man bei 100 Seiten, sechs, sieben Stunden, ja. Das ist ne Menge. Rekord war einmal einer, der hat 190 an einem Tag gemacht. Hat aber auch schnell gelesen, oder? Ne, es ging, aber morgens um 8 haben wir angefangen und waren abends um 9 fertig. Aber er war auch fertig. Das war ein ganzes Röhrchen, Gelo Revoice. Okay, das ist ein... Das ist was für die Stimmbänder. So eine Lutschpastille, genau. Also wenn die Stimmbänder dann langsam nachlassen und man hört dann schon so, die Stimme wird langsam krächzig, dann so eine Gelo Revoice. Aber eigentlich sollte man dann so langsam den Tag ausklingen lassen. Er war nur nicht aus München, er wollte dann einfach wieder nach Hause fahren. Das war der Autor selber. Ja. Die Autoren haben eh einen anderen Fokus. Also man merkt, ob es eine Autorenlesung ist oder eine Sprecherlesung. Okay. Eine Autorenlesung ist meistens... Der kennt ja den Text, der weiß, wie er es betonen muss und er achtet aber nicht so deutlich auf die Aussprache. Bei den Sprechern, die bereiten sich das zwar vor, das Buch, und überlegen sich auch, wer welche Stimme in Absprache mit mir dann spricht. Also die spielen dann das sogenanntes Vocal Acting, dass die verschiedenen Rollen verschiedene Stimmen zuordnen und die legen halt mehr Wert auf diese deutliche Aussprache und auf das Erzählen von der Geschichte, was der Autor ja schon drin hat. Aber dem ist meistens mit der Aussprache nicht so bewusst. Und da läuft es dann in einem durch. Die schaffen im Schnitt eigentlich mehr Seiten. Aber es ist qualitativ meistens auch ein Unterschied. Ist auch ein Unterschied. Ich habe mir gerade noch so gedacht, weil wir das vorhin ein kurzes Thema hatten mit dem Magengrummeln, sollte ich jetzt mit einem guten Frühstück ans Lesen gehen oder eher leichte Kost oder nach dem Essen erstmal eine Stunde gar nicht lesen? Wie bereite ich mich dann physisch vor noch? Halbe Stunde nach dem Essen. Genau. Was ganz gut hilft, sind Bananen, die sättigen. Also die stopfen einfach. Da gibt der Magen Ruhe. Bitte keine Milch in den Kaffee. Milch legt so einen Belag auf den Gaumen. Dann hat man dieses Schnalzen wieder. Und das kriegt man nicht raus und das knistert die ganze Zeit. Auch Rauchen zum Beispiel vor der Aufnahme ist auch nicht gut. Es knistert. Wer raucht, es gibt einen kleinen Trick. Ein paar Salzstangen futtern, die nehmen dieses Knistern wieder weg. Das hilft hoffentlich Salzstangen auch bei anderen Situationen. Ja, also wenn so ein Knistern oder ein Schmatzen, ich wäre zum Beispiel so ein Salzstangenkandidat, wenn ich sprechen müsste, dann würde ich mich wahrscheinlich nur noch von Salzstangen annähern. Einfach um dieses Meeresrauschen wegzubekommen. Das ist doch schon mal eine ganze Menge. Das finde ich auch wirklich gut. Wir können uns ein kleines Home-Studio basteln mit dem Kleiderschrank oder mit der Bettdecke. Kleiderschrank, Bettdecke, das kann schon mal so eine kleine Home-Studio-Kulisse werden. Ein einfaches USB-Mikro oder eine ähnliche Mikrofon-Aufnahmelösung kann uns helfen, dieses Audiosignal an den Computer zu bringen. Und dort brauchen wir eine Software. Da habe ich ja schon mal ein Video dazu gemacht. Da gibt es auch Freeware, mit der man einfach mal eine Spur aufnehmen kann. So, und wenn es dann ans Sprechen geht, ein bisschen Gymnastik, ein bisschen Aufwärmübung für die Sprechmuskulatur und der leckerste Tipp von allen, ein paar Salzstangen zur Hand. Ja, vielen Dank, Tille, dass du uns ein paar Tipps gegeben hast, ein bisschen Einblick gegeben hast, wie man ein Hörbuch produziert. Dankeschön, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke fürs Zuschauen. Wenn du jetzt Bock bekommen hast, ein Hörbuch zu produzieren, mach ruhig eins und schreib das gleich in die Kommentare rein. Und ich bin gerne bereit, dann beim nächsten Mal auch einen extra Link zu setzen. Hinterlass ein Like. Ich freue mich über jedes neue Abo. Bis bald.